Hi Leute, Marc Pellinghaus, die Spinnen, die Grünen. Stellt euch vor, diese Frau hier, immer noch die amtierende Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Katrin Göring-Eckardt, Nomen is Omen, macht so einen rassistischen Tweet, den hat sie mittlerweile gelöscht, aber dennoch hat sie es getan. Das sollte eigentlich Folgen haben. Es geht ja wohl nicht, dass hier jemand sowas Rassistisches absetzt und dann es gut meint, was wollen die Grünen uns alles noch vorschreiben, wie wollen die Grünen sich noch weiter in unser ganzes Leben reingrätschen, wie einen Tuba-Botzkurt, die tote Polizisten beleidigt und ein Anton Hofreiter, der nicht zugeben will, dass die Grünen komplett versagt haben, vor allem wegen der Migrationsfrage. Unfassbar, guckt euch mal das Interview auf Welt an. Ciao.